hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren folge Star Wars Republic at War Fecht wird zwischendurch und mal gucken wie schwierig heute kriege ich nur die aufgenommen genau das ist jetzt mal wieder so ein singleplayer ding weil ich brauchte wieder eine folge und ich habe gerade keinen anderen aufgetrieben ja da ich mal wieder jetzt Bock auf Republik habe obwohl ich ja eigentlich separatist bin wie man wieder weiß so wegen den Einheiten da dachte ich mir, komm, schmilzt du jetzt mal wieder Republik und die hatten wir schon, ich meine schon länger nicht mehr oder weiß ich gar nicht Was bauen wir denn jetzt für... erfordert so, wird schon ähm, jetzt da, ne, wisst ihr, die, die den Kanal verfolgen, haben es ja vielleicht schon merkt hier, der neue, neuchte Projektchen ist, äh, genau, das ist das neueste Projekt nein, das neueste Projekt ist Alien Isolation und, äh, ja, ich fände es gut, wenn ihr, wenn man da nur, also wenn nur die Leute, die es dem wirklich gefallen auch, kommentieren, werfen, klang, den Blue Burdens und nicht einfach nur, äh, Daumen runter, damit man, damit ich hier wieder mehr RW mache oder so Ich seh das auch schon so, wenn die Zahlen niedrig genug sind, also, nur mal so nebenbei Ich krieg jetzt bitte eine Satelliten, Dankeschön Mit Vergnügen, Sir Ich würd gerne, danke Die regnerische Raumstation wurde aufgerüstet Oblämlich Flaxen, jetzt schon Okay, gut Hm, ja, ne, also Wie gesagt, Alien Isolation, das ist kein Hauptprojekt, das ist jetzt einfach nur zur Beschäftigung, damit wenigstens irgendwas kommt Das ist jetzt, äh, ne Also, keine Sorge, es wird noch genug saueres kommen Außerdem hab ich das jetzt nur gebracht, weil mir, äh, Disney da einen Strich durch die Rechnung gezogen hat von Battlefront 2 Also ich wollte eigentlich Battlefront 2 gemacht haben, aber Disney dachte sich, nein, machst du nicht Da kam irgendwie in der Opening-Scene haben die da irgendwie, mochten die da irgendwie eine Szene nicht Und bevor ich das eigentlich rausschneiden wollte, wollte ich erstmal was anderes probieren Aber was ich anders probieren wollte, klappt anscheinend dann auch nicht Deshalb werde ich dann die Open-Links hier noch ausschneiden lassen und dann kriegt ihr einen tollen Info-Text Naja, muss ich dann die Tage machen Also, ne, wenn ihr dann das wunderschöne Intro nur nach Schwarzbild seht, beschwert euch nicht bei mir Ich hab mal mit Pics verboten Klappe halten und mach doch was du willst Was wollte ich? Ich wollte... Doppelbrückenflotte oder... Datta Weih, ich glaub das hab ich... Hatte ich das schonmal? Ich glaub da gibt's eigentlich nur Ton weiß ich wie dies Meine ich jedenfalls, also war das doch Das ist ne... Ach, das ist ne Drei-Spieler-Karte Alle Informationsflug Captain, 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 Captain Klappe halten und sch... tun Und was ich auch letztens wieder bemerkt hab Oder nicht letztens wieder, sondern... Ich glaub das war sogar in ner Aufnahme drin Ähm... Wenn ich hier sind Satelliten baue, dann repariert die mit die Subsysteme Das fand ich saugut Obwohl das relativ unlogisch ist, wenn so ein kleiner Satellit auf einmal kommt Oh komm, ich reparier, du große Raumstation Aber auch interessanterweise nur die Subsysteme, die in dem Radius waren Die müssten den Radius mal weitaus ver... also... nicht viel... Brauch eigentlich schon sehr viel mehr vergrößern Weil... ähm... wenn du da ein Schiff reinsetzt... Ja ne so... ne so mehr... so ne... Wir brauchen jetzt eigentlich sehr feind, ich mein hier Hier müsste er da hocken So ungefähr Komm, hier packen wir nochmal das Schützchen hin Und was bauen wir da? Ach komm, imperiales Ober... äh... republikanisches Oberkommission Ne, ist ne Mittel-KI Und wieso... das ist mir eigentlich viel zu laut auf den Ohren Äh... falsche Richtung gedreht Und ich hab keine Musik, weil... auch wieder... Aufrüstung abgelehnt Ne, wenn... ist es die Schnee? Ne... ist es irgendwie anders Ähm... hab ich vollkommen vergessen Nochmal eine Jedi und zack Aufrüstung, Aufrüstung läuft Hab verstanden Boss? Mit Vergnügen, Sir Hat er schon, hat er schon Jawohl, Genro Ja, Sir Das ist schon fast wie bei gewissen anderen Leuten Oh, guck doch mal... wir haben... wie viele Minen haben wir hier hier auf dem Feld? Sechs Minen auf dem Feld Ich flieg nur zu... ich flieg die Mitte und zu einer, mehr nicht Aufrüstung abgelehnt, Sir Ich bin Mace Wind Zack Hallo Ein kleiner Jedi, den wir so lustig und unbesiebler sind Bin ich mal wieder so lustig Wir haben dich einmal gleich und dich einmal gleich Da gibt's ja auch schon eine Ab... Moment... doch nicht Bist du dir da sicher? Nein bin ich nicht Du... tu es einfach Welchen Tricks, bitte? Ich hätte gern ein paar Tricks Tricks 17 Wer da was? Ach das... ach das... Jetzt hab ich... nee... egal Wird schon So, was können wir denn hier so produzieren? Tonweise aufrüstung ist das nicht schön Kaum ist ein Problem gelöst, aber wir sind das nächste Mann, wieso gibt's... ich glaub dafür gibt's sogar Hotkeys für die Befehle Aber ich kenn die nicht auswendig So ein Standard-Hotkey... Oh scheiße, verzeihung So ein Standard-Hotkey wäre echt praktisch Komm Das gefällt mir nicht Ui Ich meinte, Tech 3, ui Das wird ein Problem Ja, warte, ich bin auch getäuscht Ich überschätze die KI schon gar nicht wieder, weil ich einfach die RW KI kenne Was da fu... Wirst du mich verarschen? Hau da ab! Ich hab keinen Bock hier wieder irgendwie... Nein, hab ich nicht Das Ding ist noch nicht ganz fertig Ähm... So, zack Du... Kommst her, dich reparieren Das Ding ist noch nicht ganz fertig So... Alles aufrüsten, was geht Möge die Macht mit uns Und hier schon wieder so zu nem Rüstungs-Export Der Ruder ist Export Der Ruder ist Export Wenn einer versucht RRW oder Empire Tour Komplett ähm... Friedlich zu spielen Ich glaub da würde man innerhalb von Sekunden verrecken Das kann man jetzt hier bauen Hat er noch gar nichts davon gemacht Ich glaub da irgendwelche tollen Sondergeschwader wieder Und hier... Das ist ja Standard Das kennen wir ja alle Ja, Panzer Ich grüße Sie, Captain Ich bin Anakin Skywalker Wir wissen wer du bist Und wir mögen dich alle Mehr oder minder Zweigmäßig Vielleicht auch nicht Einfach klappern Ich könnte ja jetzt eigentlich noch was zum Stream sagen Soll ich? Soll ich nicht? Soll ich? Soll ich nicht? Das ist sowas ich weiß auch nicht Aufgrund des... Was mir erst später aufgefallen ist Dann war das die mir war Da war... Karneval Und ich weiß nicht inwiefern das die Zuschauer zu angemeldet hat Oder ob überhaupt Ach so hier Nächster Jedi Also Jedi kann man hier ja am Anfang Spammen Aber sobald die großen Kreuze und Geschwader da sind So sind die eigentlich ja Leute besinnlos die Nerven Und dadurch dass man hier ein relativ hohes Bevölkerungscap hat Kann man das machen Ich würde es niemandem empfehlen in einer Bodenschlacht Das ist einfach nur sinnlos da Wer bist du? Noch irgend so einer Aufrüstung abgeschlossen Ne, der ist wirklich nicht Da ist er Oh Gott, jetzt kommen wir schon mit Kreuzern an Okay, dann wissen wir jetzt Er hat einen Tech-Stop gemacht Dann können wir jetzt nämlich gleich ihn mit schönen Miniatur überrumpeln Der nächste Mal Seid ihr bereit? Gut Angriff OP Jeans greifen an Oh Gott, na Ja Und meine Luschenhuttenstation verreckt gegen einen Kreuzer Der verliert noch nicht mal zu irgendwas Auch der hat ein paar Das eine oder andere Substance Die verliert ja schon durch die Raketen Aber Das ist doch vollkommen sinnlos Also ist das Ne Toll Ne Ich bau die jetzt nicht auch nochmal auf Ui Ui Oh, es macht kaputt Oh Gott Ja, ja Verreckt, bitte Ähm Aufrüstung abgeschlossen Aufrüstung läuft Aufrüstung läuft Aufrüstung läuft Ja, nur für dich nicht Wieso fliegen die einfach Das ist Fregatte kaputt Erstmal das mal kaputt, danke So, und hier jetzt Aufrüstung läuft Auf dem Schild Genau Auf dem Schild Ah, hier sind so viele Substance Schild Oh Gott Danke Ich spüre eure Sorge 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 Ich spüre ihre Sorge Ich spüre eure Sorge Oh Gott Ja, es war im Prinzip so eine Kanalform von Flinch, bezüglich Samuswissen, aber halt nur noch heftiger und war dort besser begründet. Und der war auch komischerweise, er hätte das gesagt, auch der Ansicht, dass Klonen besser sind als gewisse Sturmtruppen. Was bist du denn jetzt? Wer fühlt dich an? Z95, ja schön, äh, okay, haben wir einmal hier die neuen Bomber, ne? Oh, der hat noch gar keine deutsche Synchro. Äh, was bist du? Der hat noch irgendeine Staffel. Also gegen eine KI kann man sowas machen, aber ich glaube, als Spieler wird man da sterben. In diesem Moment könnten seine Verbündeten eine Verschwörung gegen uns planen. Na, sie haben ja, sie haben uns da was kaputtgefahren. Ähm, ich... Da, hier, 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 hier. Ähm, du Jedi, Mitte. Ja, passt schon, passt schon, passt schon, passt schon. Äh, ich wollte eigentlich die Pride of the Core bauen, aber... Keine Pride of the Core. Pride of the Core, genau, ich baue eine Pride of the Core. Würdet ihr bitte kämpfen? Ihr seid Z95-Sternjäger, sollst jetzt schnell sein. Schlag, okay, schlag mal... Mach irgendeinen Schlag, schlag einfach schlagen. Schlag dagegen, okay? Führ einfach deinen Schlag, ist okay? Vielleicht kannst du ja irgendwas tolles schlagen. Und, was, ich... Gegnerische Jägeranlocken... Wieso sollte man sowas tun? Ich meine, das sind halt nicht die Einheiten, die irgendwie tanken können. So überhaupt nicht, aber... Anscheinend denkt sich das Spiel, das doch. Gehen wir. Sir, ja, Sir! Krieg ich jetzt langsam... Ja, genau, ich krieg jetzt langsam... Einheit, wo du... Venator! Können wir jetzt mal... Einen hier hinsetzen. Plopp! Und dann noch irgendeine komische Staffel. Ich weiß nicht, wie sie ganze Staffeln immer sollen. Was sind das jetzt? Ui, das ist ein Axt. Anscheinend sehr heftiger Axt. Du verreckst. Komm mal ab. Du kannst keinen Schlag mehr durchgehen, weil... Hier anscheinend dein Blieb... Vielleicht fehlen dir... Verdammt. Vielleicht fehlen dir genug Leute. Zu sehr zusammengeschimpft. Du, mach mal kaputt. Du. Ich weiß jetzt nicht, was alles der gespawnt hat, weil das sind schon wirklich ne Menge. Ne Menge. Sir. Ja, Sir. Du bist ja auch schon halbtot. Oh Gott. Hat der Schilde? Ich hab glaube, bis jetzt noch nicht mehr Schilde. So will ich noch... Ah, noch mehr Venator. Venator! Natürlich wäre ich auf der Minimap falsch. Aber ja. Mit Vergnügen, Sir. Ja, Sir. Sag, danke. Alles klar, Janor. Alles klar, Janor. Hab er schon, Boss? Äh, übrigens, ich hab ähm jetzt auch mal... Also entweder werde ich, wenn das jetzt nicht langsam der Patch kommt, werde ich bald so ne neue ARW-Kampagne starten, die werden wir dann durchziehen. Weil auch unter dem ARW-Video der Endfreezer von, ähm, wie... Was passt? Ist der Endfreezer da, den es da gibt, aber von der falschen Mod halt. Er wurde da auch verlinkt und soll angeblich auch funken. Funken, 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 futzen, futzen, futzen. Oh Gott, das braucht ja ewig. Oh, oh. Äh, jetzt ist er tot, toll. Äh, nochmal ein Fisto. Vielleicht kann er schön fisten. Boah, bis die ja fertig sind, dann ist es morgen. Danke, es ist Bartraiser. Es gibt ja Leute, die können mit ihm überhaupt nicht umgehen. Verstehe ich nicht. Da ist der andere Venator. Ah, diese Dreistigkeit, der mal. Ja, tust du? Glaub ich nicht. Nein. Glaubst du? Genau, ich rede jetzt mit den eintönigen Samples von den Leuten hier. Ja, das ist ein Jedi-Starfighter, ist mir auch klar, aber... Von wem? Der ist rot. Boah, das kann man jetzt eher weniger schließen, wer da ist. Und der hat einen sehr eigenartigen... ...Tiger. Naja. Greift einfach an, das wird schon. Ja, ich weiß, ich mach's jetzt relativ schnell, aber ich weiß jetzt schon wieder, dass gleich die KI kommt. Schieß. Schieß. Mach da nicht. Mach da auch nicht. Mach da auch nicht. Das ist halt immer so ein Gerad, ey. Ach, du Trottel. Ach, du Trottel. Und das ist auch immer so ein Trottel, ey. Mach kaputt. Seid ihr bald mal fertig? Oh, oh Gott, das ist ja... Sir, ja, Sir, Sir. Die verweckt schnell. Und was ich auch lustig finde, ist, der Spartan-Laser ist ja auch automatisch eingestellt, also... Wenn man in der Regel in der Nähe ist, also in dem Bereich, wo der Angreifen eingesetzt werden kann, und dann nochmal Angriff drückt, wird er automatisch eingesetzt. Ist recht praktisch. Geht eure Verstärkung. Hallo. Mehr Venatoren. Sir. Einheit wird hier gestellt. Ja, Sir. Venatoren. Ich brauche hier Hilfe. Aber dann brauche ich mich. Ich frage mich, was passiert, wenn man genau das könnte ich auch nochmal machen können. DFC spielen mit normalem Geld. Also mit, was weiß ich, 10.000 auf den Start einsetzen. Und ich mache jetzt das... Also ich meine, der Multiplayer, ich glaube da nicht, der wäre aber auch wieder neu. Der diebe Kamerfakt-Schnürschuh. Ich fühle mich da. Ähm, nächster Venator. Das ging schnell. Das ist jetzt meine Venatorin eh immer da, wo die Front in mir ist. Und wenn... Wenn der zu schwach ist, seine Basis zu verteidigen, Da hätte ich ihn auch gern blieb aus. Bereit, Sir. Das ging schnell. While of... Jetzt kommt er nur noch While of... Ähm, ne, ne, ne. Reilauf, Reilauf. Ne, jetzt kommt die... Jetzt kommt noch die While of. Bodenschlacht. Als... Als... Okay, ja, wie... Wint... While of, While of, While of... Weil of... Ne, das ist falsch. Bist du Reilauf? Ich habe es überlesen. Werden wir? Hallo? Oder gibt es die überhaupt? Ich habe es überlesen. Mhm, 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 mhm. Die Mappels sind kaputt. Kessel Mini. Ach, da ist es. Nee. Gegen die KI. Komm, mache ich ein Video auf dem Boden. KI schwer. Ja, passt. Und, damit ist man ein bisschen blau. Er hat wenigstens nicht ins Mikro geguckt. Wunderschön. Das Video geht mir eigentlich viel zu kurz. 20 Minuten. Naja. Kann ich früher auslaufen gehen? Ja, Sir. Was haben wir... Was hatten wir genau? Wir hatten doch... Ich hatte noch irgendwas. Das ist der Kommando-Posten. Reparatur-Plattform. Ja, genau. Hier gab es ja nichts irgendwie... Hier gab es ja nichts Tolles. Das ist Welt, als ich fragen. Nicht sowas wie den Mörser. Seid ihr sicher? Macht euch mal rein. Oh, ist ein bisschen anderen Spiel. Ja, also aus gewissen anderen Fraktionen. Wieso sind die... Ah, Troopers unglaublich billig. Ganz ehrlich. Komm. Da hin. Und wieso kriegt man hier kein Base-Shield? Ich freue mich auch schon auf die neuen Türme. Weil es sollen ja neue Türmchen kommen. Soll eine Zentrale? Ja. Soll eine Unterstützung? Pasche. Na? Wie könnt ihr es wagen? Ähm... Was baue ich denn hier? Hier baue ich das? Das? Habe ich nicht noch irgendein Türmchen? Nein, schade. Wenn ich es ist, kann ich nicht schlau. Zack. 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 Ganz ehrlich, wo läuft die lang? So, hol mir ein paar... Bitte ein paar... Na. Ja. Ich setze mir selbst ein Ding. Ein paar Arx. Ein paar Arx. Ich habe in BFC die Arx echt zu schätzen gelernt. Toll. Baue ich hier bitte für mein Fahrzeugtüppchen. Ja, die Power-Türme, die man irgendwie nicht richtig cappen kann. Die Augenma... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum man die da hingesetzt hat. Die sind ja irgendwie noch größer als die normalen Standard-Power-Türme. Trotzdem ist das keine... Kein Grund dafür, so ein komisches Schmarrnding zu benutzen. Wie lautet euer Plan? Ach, genau. Hier umprogrammierte, gehackte Doritiker. Cowess. Was haben wir denn noch? Zöldner. Oh, Fookies. So, passt schon. Ich hätte schon Panzer. Auch wenn ich die Raketen-Panzer nehmen kann. Ganz ehrlich, wieso schafft das eigentlich keine Mod bei den Druiden-Panzern? Ganz ehrlich, die Druiden-Panzer irgendwie stärker darabzustellen, also dass die auch noch die Raketen einsetzen. Weil ich habe auch nie in der Serie gesehen, dass die, in der Serie oder in irgendeiner Darstellung, wo es die, wo es die Panzer auch gibt, also wo es die Republik auch gibt. Nein. Ich bin schon leicht durch, das ist nicht zu spät. Wo es die anderen Panzer gibt, also die da, dass die ihre Raketen benutzt haben. Ne? Nur weil... Ja, achso, hier ist es ein leichtes Fahrzeug. Was könnt ihr euch mal entscheiden bei der KSU, es ist ein schweres Fahrzeug. Ja, achso, hier ist es ein schweres Fahrzeug. Ach, das ist auch ein Klo-Stürmer. Man hat sogar angepasst, man hat dran gedacht, yeah. Pauturm. Mehr Geld. Soll ich jetzt schon stürmen? Würde es gehen? Ich weiß es nicht. Hat ein Täter drin. Was? Achso. Die Wookies. Äh, Mandalorianer, Mandalorianer und die anderen Torte. Weil für mich sind das trottelige Trottel, 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 Trottel. Die Fabriken, sie wirken hier auch so groß. Die werden ja auch nochmal überarbeitet. Vor allem, ich bin gespannt, wer es weiter ist, wenn die Mandalorianer kommen. Was kann ich tun? Ja, das ist zwar auch so immer so ein Wunschdenken. Ja, wir wissen, dass die Einheiten hier eckig aussehen. Wie lautet euer Plan? Außer, guck, der hat jetzt auch eckig. Dafür hat man hier wenigstens Performance. Wie lautet euer Plan? Wir wollen ja nicht immer so einen rumgezuckelt haben. Das war ein Stream auch schlimm. Ich weiß nicht, woran das lag oder ob es einfach zu viele Spieler waren. Das war grauenhaft. Wo ist meine Trittikers eigentlich hin? Doch, Trittikers gesetzt. Trittikers? Bin mehr als enttäuscht. Tötern. Das ist jetzt sogar zerstört los. Läuft. Also mit denen kann man auf jeden Fall einen Druidensperm aufhalten. Ich glaube, ich habe eh das Gefühl, dass die Trittikers viel einfach aus den Latschen kippt. Also in BFC. Hier kann man dann eher weniger Spam. Hallo. Wo darfst du denn? Los, da hoch. Ich bin dabei. Ach schon. Ich bin dabei. Danke. Ihr solltet eigentlich hier stehen bleiben, weil sonst werden die Türme wieder decapped. Das ist ja grauenhaft in der ganzen Zeit. Regime auf seine Einheit nachgeben. Mal kaputt. Das gibt's. Die Arctrooper haben... Ja, die haben keine von denen auf den Weg gehen lassen. Aber auch leicht underpowered, habe ich das Gefühl. Für die Geschussfrequenz. Jetzt werde ich immer noch drohe die Kasse haben. Los, gib mir drohe die Kasse. Was sind die verpackt? Ich habe das Gefühl, die sind verpackt. Wow. Ich habe auch mal eine Einheit gefunden, die hier verpackt ist. Ein Wunder. Weil es ist auch einfach an der Map. Oh, guck doch mal. Noch ein Boba. Äh, Django. Ja, Sir. Ihr wolltet, Ron. Ne. Es gibt keine Durydikas für mich. Ja, Sir. Das ist neu. Ähm. Vielleicht die große? Die auch noch, bitte. Was haben wir denn noch? Mehr Wookies. Das Gebäude ist komplett neu. Und das Gebäude ist, glaube ich, auch komplett neu. Die wirkt einfach wie ein Imperial. Ja, und die, ich weiß auch nicht, ja. Was ist mit den anderen los? Die wirken irgendwie leicht tot. Mal wieder verbuggt. Ja, geil. Also nicht mal wieder, aber... Irgendwie bin ich jetzt zu spezifizieren und halt die Bugs gegeben. Ich freu mich, Gott, dass es an sich doch immer gut läuft. Aber was macht den Scheiß noch kaputt? Ich glaube, das war das schnellste Fecht für zwischendurch, das wir bis jetzt hatten. Ja, die waren eigentlich tot. Kleiner Wack. Klinge, 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 Klinge. Verlassen. So, ähm, ja. Bob. Was hatten wir denn noch? Hier saß doch... Es sah doch irgendwas so lustig aus. Ähm. Die. Also, die weiß ich, dass die... Also, das Dumme hier ist... Ich... Meinst du, funktioniert die im Singleplayer? Ich weiß es nämlich nicht. Ich hab den nämlich mal gespielt, das weiß ich noch. Ne, die funktioniert noch nicht im Singleplayer. Ja. Ne. Das ist, äh, saugeil. Das Einzige, was ich habe, ein Schildkaterator. Äh. Partie, ja doch. Partie. Ähm. Was hatte man auf der anderen Seite? Ich glaube, auf der anderen Seite hatte man... Team 3? Team 3. Noch nicht. Schatten? Was hatte man auf der anderen Seite? Ich weiß nicht, auf der anderen Seite gab es auch irgendwie ein paar... Genau. Du hattest zwar ein paar Sachen... Aber auch nicht irgendwie alles. Macht euch bereit. Verstanden, auf geht's. Das ist, äh... Ja, das soll so. Welche Mod... In irgendeiner Mod funktioniert das, aber hier ist alles total verbraucht. Sir, ja, sir. Oder war das noch 1,1? 1,1. Nur die 1,1? Halt, ich kann mich ganz genau erinnern, dass ich die Mod gespielt habe. Also, dass ich die Map gespielt habe. Die sah nämlich ganz lustig aus, aber man merkte, dass die noch nicht fertig war. Die ist einfach alles kaputt. Läuft. Wie lautet euer Plan? Verstanden, auf geht's. Ja, sir. Verstanden, auf geht's. So, mach mal ein bisschen schneller. Ich will mir mal so Pseulo angucken, wie es jetzt zum Beispiel hier aussieht. Ne? Blub. Blub. Läuft. Wie so Ameisen. Blub. Blub. ich weiß nicht wie der map editor funktioniert aber kann sein dass das ich glaube es werden einfach gewisse gebiete markiert als als nicht begeber also ja hier ist offiziell nicht begebe was ist denn das so mini buggy und wir haben eine landezone gesichert wir haben eine landezone gesichert schön toll das bringt mir jetzt was läuft jetzt machen wir einen schnellen berikt genau redet du mit mir nein ich wollte schon sagen das ist mein plan so verpackt das erinnert mich an die eine galaxis erobern im bfc die da musst du als imperium nur einen planeten hast schon gewonnen also so normalerweise ist die die map so ungefähr aus ich weiß nicht was da kaputt ist man sieht auch die ist nicht fertig da haben die schon detailliertere sachen gemacht naja dann sag ich mal vielen dank fürs zuschauen und keine sorge also in diese woche wird da wird das video technisch noch schlechter hocken als also jedenfalls star wars mäßig versuche nachher noch ein paar sachen aufzunehmen dass ich bis woche über die woche also ich in der nächsten ja in dieser woche bin ich bin ich schwer da also da werde ich glaube ich auch kommentartechnisch nicht aktiv sein die videos werden alle vorab hochgeladen also kann ich ich kann vielleicht sogar gar nicht wenn da irgendwas kaputt ist schnell reagieren also hab da bitte nachsicht müsste müsste man da vielleicht also sollte da ein kaputtes video weil dann hier achtung achtung das video ist kaputt da soll so nicht sein das fällt einem zum beispiel leicht auf wenn da irgendwie der ton fehlt naja dann trotzdem bedanke ich mich vielmals fürs zuschauen gehabt euch wohl bleibt mir treu wir sehen tschau